Hi und willkommen, ich bin der Max und ich habe euch letzte Woche eine Kreditkarte vorgestellt und zwar die Genialkarte der Hanseatic Bank und das Ganze im Zusammenhang mit einer 35 Euro Rabattaktion, die damals noch bis zum 31.01.2023 ging. Und da möchte ich ein kurzes Update dazu machen, weil die Aktion wurde ein bisschen eingeschränkt und zwar nur noch bis zum 18.01. Anscheinend haben sehr viele Leute sich die Karte bei der Aktion einfach geholt, weil sie einfach 0 Euro Jahresgebühr hat, ohne irgendwelche Einschränkungen, ohne Mindestumsatz. Ihr zahlt keine Gebühren, wenn ihr mit dieser Karte in Auslandswährung bezahlt und ihr könnt auch im Ausland an ATMs, also an Geldautomaten, kostenlos Geld abheben. Für mich wirklich eine der besten Reisekreditkarten 2023 und dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo ich das Ganze nochmal erkläre. Das Video verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox und auch den Blogartikel dazu. Und ich wollte jetzt einfach noch ein kleines Update-Video machen, weil viele haben das Video gesehen und da sage ich eben noch bis zum 31.01. Aber die Aktion gibt es leider nur noch bis zum 18.01. Das heißt nur noch eine Woche. Wenn ihr euch die Karte also kostenlos holen wollt, dann einfach schnell sein. Ansonsten natürlich auch alle weiteren Informationen auch zu den Aktionsbedingungen findet ihr auf meiner Webseite. Verlinke ich euch auch ganz oben in der Videobeschreibung. Das war es mit dem kurzen Update. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht es gut. Ciao.